Am Weihnachtstag des Jahres 1560 erreichten wir die letzte Passhöhe des Andengebirges und sahen zum ersten Mal in den gelobten Urwald hinab. Im Fluss kommt niemand lebend hinunter. Und ich sag dir, es geht doch. Von jetzt an geht es bergauf. Jetzt geht es bergab? So kann es nicht mehr weitergehen, Männer. Das Gelände hier ist so schwierig, dass wir einfach nicht mehr weiterkommen. Wir sind überall Indianer. Aguirre wagt nicht, sich jemals gegen die spanische Krone zu erheben. Wir sind hier nicht in Kastilien. Und ich sage, wir können unsere Aufgabe so nicht erfüllen. Und ich sage, wir erobern jetzt auf eigene Faust. Sei ruhig, Aguirre! Ist noch jemand da? Er macht so weiter, wie er angefangen hat. Du bist meine letzte Hoffnung. Du weißt, mein Kind. Für das Wohl unseres Herrn war die Kirche immer auf der Seite der Starken. Werden wir über diesen ganzen Kontinent herrschen. Wir halten durch. Ich bin der Zorn Gottes. Ich bin der Zorn Gottes. Ich bin der Zorn Gottes.